Hey Leute, willkommen zurück zu Batman Arkham Knight. Ich habe ein paar Punkte zum Ausgeben, sehe ich gerade. Ja, ich habe mir die Freeze-Granaten geholt, die sind in den Pasadena Film Studios. Was? Warum habe ich da noch null? Habe ich da noch nichts gemacht? Okay. Okay. Das ist ja nett. Ich kann denen die Schusswaffe entziehen. Cool. Nehmen wir mal. Ja, ich glaube, mehr holen wir uns jetzt noch nicht. So, wir wollen die seismischen Aktivitäten untersuchen. Die seismischen Aktivitäten in Miyagani Island. Ne, also ich sage ja, ich habe mir jetzt diese Frostgranate geholt. Die ist ganz nett. Allerdings war das jetzt nicht spektakulär, deswegen habe ich sie mal rausgelassen. Hat eine Weile gedauert, wieder hierher zu kommen. Oh, guck mal, noch ein Pferd Murillo. Ja, ja. Zum Fortfahren, Bereich sichern. Bad. Was ist hier los, ihr Penner? Wollt ihr Prügel? Die Federmaus! Weltmüll! Das ist Weltmüll! Ja, ich wollte es gerade sagen. Also, wenn der Bereich mal nicht gesichert ist jetzt. Oha. Es rumst und wumst die ganze Zeit und mein Gamepad spielt verrückt. Hast du Batman's Panzer gesehen? Dieses Ding ist tausendmal moderner als alles, was die Spezialeinheiten haben. Was war das eben? Und rüber. Ich muss den Bereich sichern, das heißt, ich muss alle Checkpoints ausschalten oder was? Und da vorne ist, glaube ich, einer. Die Federmaus hat nicht die geringste Chance, Scarecrow noch aufzuhalten. Ich glaube, da ist ein Checkpoint, Leute. Ja, da ist ein Checkpoint. Oha, hast du etwa eine Drohne? Wer steuert die denn? Ich habe eine Wette am Laufen, dass ich die Federmaus zuerst entdecke. Der Verlierer muss dem Arkham Knight sagen, dass er mit einem Kay besser aussehen will. Ich muss näher ran. Ja, komm, wie denn? Ich muss näher ran. Oh nein. Willst du mich hochholen? Wie will sind das sechs Stück? Geht doch gar nicht, Feigling. Na, ich muss mir die alle ja gar nicht holen. Habe ich das, ja? Na, mach mal jetzt. Mach doch jetzt, meine Fresse. Er macht es nicht. Ja, ja. Halt die Schnauze, so geht's auch. Meine Güte. Sind die aber auch ein bisschen anstrengend, die Jungs wieder, ne? Wollen nicht so, wie ich will. Knacks. Ja, ja, habt ihr, habt ihr, habt ihr. Ihr wisst alle, wie ihr mich besiegen könnt. Alfred, ich werde die seismische Aktivität auf Niagani Island untersucht. Wir fürchten, es sind keine guten Nachrichten. Wir haben alles heute Nacht. Oh, oh. Soll mal, reicht das jetzt vielleicht? Oder muss ich schon wieder eine Festung clearn? Ich verstehe das nicht. Batman kann sich Hilfe holen, so fies er will. Das hier kann nur auf eine Weise helfen. Und er wird es nicht verhindern. Boah, wie Bereich sichern. Na gut, wir machen mal einen kleinen Cut. Und ich werde noch die zwei Lager holen. Und dann sehen wir uns wieder hier. Meine Güte. Okay. Jetzt sollte der Bereich endlich gesichert sein. Denn ich habe die beiden Vorposten noch ausgeschaltet. Oh. Vor allem ist es mein Batmobil, was ein bisschen rumdörbt. Na? Kommste? Na, Jungs? Ja, hab doch gedacht, hä? Ihr könnt mir jetzt eine verpassen. Ach, jetzt geht's. Gut. Sehr schön. Ach, Ivy. Ich hoffe, du bist bereit. Er wird alles gegen uns einsetzen, was er hat. Ich zerstöre seine Spielzeuge. Hm. Ich glaube, ich muss ihr helfen. Jetzt ist Schluss mit Ferdinand. Boah. Ich glaube, wir haben Verluste. Ich glaube, wir haben Verluste. Du musst auch mehr zu bieten haben als seine Pflanze. Über Zweifel, du sein wirst. Ich glaube, wir haben Verluste. Ich werde hier nicht wieder verlieren. Ich werde hier nicht wieder verlieren. Ich habe eine verloren, wurde gehackt. So schwach, diese kleinen Maschinen. Schiehst du auf mich? Nee. Doch. Hören Sie mich! Ja, verstanden. Ist unter Kontrolle. Babam. Na, wo ist denn die Letzte? Okay. Die Drohnen sind zerstört. Solange Batman Ivy beschützt, kriegen wir sie nicht. Nope. Ich habe Kobra-Panzer losgeschickt. Tötet ihn oder verteilt ihn von der Insel. Ich habe seine Position ermittelt, Sir. Er ist umzingelt. Oha. Pass auf, Batman. Sie schicken was Größeres, um uns aufzuhalten. Ich merke das schon. Ich kann dir nicht weiterhelfen, Batman. Ich bin noch nicht stark genug. Oh, Kacke. Wie viele sind das denn, Sommer? Ach, du elend. Wie viele? Kobra-Panzer. Oho. Nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich merke es gerade. Die Dreckigen. Ich dachte, man kann die damit ablenken. Ja, man wohl nicht. Komm. Aha. Wohoho. Wow. Haarscharf, du. Haarscharf. Oh. Die MP bringt ja gar nichts. Oh Gott. Ich dachte, die MP bringt was gegen die Dinger. Oh nein. Das ist ja mies. Mies. Mies, 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 mies. Wir haben ihn verloren, Sir. Nichts hier. Ich muss ihn rein, wird kommen. Wir werden seine Leiche durch die Straßen schleifen. Ach, mach das mal. Ja, bitte. Batman. Deine Zeit ist abgelaufen. Ist das so? Ganz ruhig bleiben. Ich kann ihn nicht stoppen. Massen Sie auch nicht. Hör mal ganz ruhig jetzt. Ganz ruhig. Hier ist nichts. Hier ist fort. Also, wir wieder aufnehmen. Er war schon. Er hat die Hogaras ausgeschaltet, Sir. Glaub nicht, dass du gewonnen hast, Batman. Du wirst verlieren. Und zwar alles. Ich sollte Ivy zurück zum GCPD bringen, bevor der Arkham Knight einen weiteren Angriff startet. Es ist hier zu gefährlich für sie. Okay. Kann ich machen. So, Ivy. Wo bist du denn? Da drin? Ganz gleich, wie viele Schärfen du schlägst. Oder wie viele Panzer du als qualmende Bratz zurücklässt. Du wirst diesen Kampf verlieren. Achso. Na dann. Du bist hier nicht sicher. Der Knight weiß, wo du bist. Du kommst mit mir. Das kann ich nicht. Sie schaffen es nicht allein. Brauchen mich. Sir, vielleicht werfen Sie besser einen Blick auf die Partition Bridge. Der Batwing hat den Cloudburst entdeckt. Scans zeigen, dass er bemannt ist und enorm viel Energie abgibt. Der Arkham Knight. Ivy, runter! Es ist schlimmer, als ich dachte. Meine Pflanzen sterben. Der Cloudburst verstärkt die Wirkung des Toxins. Du musst dieses Gerät zerstören. Sonst können meine Pflanzen Gotham nicht schützen. Du stirbst, wenn du hier bleibst. Wir sterben beide, außer du stoppst ihn. Dich! Willkommen in Gothen, der Stadt der Angst. Sir, eine sich so schnell verteilende Chemikalie kenne ich nicht. Ich weiß, Alfred. Es ist übel. Und Sir, das Kraftfeld des Cloudbursts hat den Energiekern des Bettmobils zerstört. Was nun? Ich schnappe mir Stack. Er hat den Cloudburst entwickelt. Dann wird er ihn auch zerstören können. Sehr gekonnt, Master Bruce. Hoffentlich finden Sie ihn. Bitte seid ihr aber mit dem Gas vorsichtig, Sir. Wow, das ist heftig. Guckt euch das mal an. Kann ich jetzt die ganzen Nebenmissionen eigentlich noch machen? Nee, aktuell nicht. Ach du Scheiße. Die sind alle deaktiviert. Wir müssen also die Hauptmission weitermachen. Krass. Krass, krass, krass. Guckt euch das mal an. Diese Chemikalie. Überall auf den Straßen. Wenn ich da jetzt reinkomme, da werde ich bestimmt nicht glücklich werden. Ich glaube, da werde ich sogar sterben, wenn ich da reinkomme. Ei, 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 ei. Ich hätte das mal noch nicht machen sollen, die Mission. Und mich lieber noch ein bisschen umsehen. Oh Gott. Guckt euch das an. Das sieht aus wie Apokalypse now. Apokalypse. Ach du Scheiße. Guckt euch an. Das wäre das keine Chemikalie, sondern pure Lava. Der Boden ist Lava. Lass uns ein Spiel spielen. Ach du Elend. Ist der noch auf seinem Luftschiff? Ach stimmt, ich habe ihn ja in die Zelle gepackt. Oh, guck mal hier. Was ist denn das? Irgendwelche Tiere und die sind happy. Oha, da hat hier noch die ganzen Drohnen rumfliegen. Ui, ist das böse. Ah, es ist echt übel, was hier los ist. Da vorne? Wie komme ich da rein jetzt? Alles klar. Jungs, ihr seid jetzt alle dran, hoffe ich. Warte mal, ich mache das mal cleverer. Ich mache das geschickter. Bam. Oh Gott. 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 Und fetz. Hehehe. Ich wollte es ein bisschen eleganter machen, aber ich habe es nicht ganz geschafft. Hi Joker. Na? Hat sich Knochen gebrochen, die er nicht mal kannte. Du hast gerade die Macht des neuen dynamischen Duos erfahren. Ja Joker, machst du gut. Wenn man so ein bisschen drauf rumtritt. Ich finde es ja sehr putzig. Was haben wir denn noch? Oh, lesen wir was zu Henry, oder? Es ist ein Schulleiter. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Der hochgeachtete Leiter der geschätzten McCullum Academy, Henry Adams, wurde während einer Routineuntersuchung in Gotham General Jokers Blut ausgesetzt. Da er keins der Symptome der anderen Opfer zeigt, könnte Henrys Immunität der Schlüssel zu einem Heilmittel sein. Obwohl er sich zunächst kooperativ zeigte, wächst Henrys Ungeduld und er möchte unbedingt zu seiner Familie zurückkehren. Das wird jetzt leider nicht mehr geschehen. Gucken wir nochmal hier ganz kurz. Die Man-Bet. Als begnadeter Wissenschaftler, bla bla bla. Ne, das hatten wir. Den haben wir schon geguckt. Der Joker. Bang, geht durch den Kopf. Es fehlen noch ein paar. Zu denen werden wir noch was erfahren. Aber Leute, ich muss leider die Folge ein bisschen kürzer machen. Zu einem habe ich noch was vor. Zum anderen wird es jetzt, glaube ich, ein bisschen zu lange dauern. Und ja, also seid nicht traurig. Es geht ja bald weiter. Ich würde mich sehr freuen über ein paar Likes und Kommentare. Und wir sehen uns wieder. Okay. Joker tritt nicht mehr. Wir sehen uns wieder zu Batman Arkham Knight.